Ja, liebe Lü, von haben wir kommen zu das Lier-Video. Ihr ist das Schöne Niederdeutsch. Das ist drei Sagen, das ist zwei, der wir von Kompetenzzentrum für Niederdeutsch-Dedaktik eine Unität Krebswahl für Sie utklammüstet haben. Wie das sind, würde ich sagen, ich habe das Leid von Kompetenzzentrum für Niederdeutsch-Dedaktik. Und ich bin Ulrike Stern, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum. Ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen Lehrvideo Niederdeutsch lernen, erste Schritte. Diese drei Sachen solltest du wissen, das wir vom Kompetenzzentrum zusammengestellt haben für Sie und Euch. Und ja, das Kompetenzzentrum, was machen die da eigentlich? Wir sind an der Universität Krebswald als Arbeitsbereich angegliedert und unsere Schwerpunktaufgabe ist die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern im Land und von Fachkräften in Kindertageseinrichtungen. Das heißt, beim Lehramtsstudium an der Universität Krebswald sorgen wir für den Bereich Niederdeutsch, auch im Master- und PE-Studium. Wir bieten Inhouse-Schulungen für Kindergärten an. Wir bilden in einem Zertifikatskurs Lehrerinnen und Lehrer weiter und auch in regionalen Fortbildungsveranstaltungen. Wir forschen auf unterschiedlichen Gebieten. Wir bauen eine Bibliothek aus. Und ich könnte jetzt immer noch so weitersabbeln, aber dann kommen wir nicht mehr zu unserem eigentlichen Thema. Und deshalb übergebe ich mal wieder in Birte. Genau. Und das Thema, was wir heute mit Ihnen bearbeiten wollen, sind wirklich drei relevante Dinge, die Sie brauchen, um auf den Weg zum Niederdeutschlernen zu gehen. Und zwar haben wir uns gedacht, drei Fragen treiben die meisten Sprecherinnen oder die zukünftigen Sprecherinnen und Sprecher um. Das sind so Erfahrungen, die wir mit Sprachlernerinnen und Lernern gemacht haben. Warum soll ich eigentlich Niederdeutsch lernen? Welches Niederdeutsch soll ich denn eigentlich lernen? Welches ist das Richtige? Und wie fange ich eigentlich an? Und das sind so die Punkte, die wir uns dann als Struktur gesetzt haben, also auch von Lernern und Lernerinnen inspiriert. Und da haben wir jetzt ein bisschen was für Sie zusammengetragen. Der erste Punkt weitet die Perspektive aus. Und zwar Niederdeutsch und Europa. Was hat Europa und Niederdeutsch miteinander zu tun? Vielleicht ein kleines Quiz zum Einstieg. Europa und Niederdeutsch. Europa und Niederdeutsch haben gar nichts miteinander zu tun. Antwort A. Antwort B. Niederdeutsch ist Amtssprache des Europäischen Parlaments. Oder Antwort C. Europa schützt Niederdeutsch. Können Sie ja mal kurz überlegen, was könnte richtig sein? Antwort B. Niederdeutsch ist Amtssprache des Europäischen Parlaments. Noch nicht ganz. Wir arbeiten dran. Mit dir, mit Ihnen zusammen sind wir auf dem besten Weg dahin. Aber natürlich Antwort C ist richtig. Europa schützt Niederdeutsch. Wie sieht das aus? Die Europäische Union hat die Sprachencharta verabschiedet. Das ist ein Instrument zum Schutz der Regional- und Minderheitensprachen in Europa zur Förderung von Mehrsprachigkeit und kultureller Vielfalt. Und für Deutschland gehört Niederdeutsch als anerkannte Regionalsprache dazu. Neben den Minderheitensprachen Sorbisch, Friesisch, Sinti und Roma und Dänisch. Was ist ein weiterer Grund, um Niederdeutsch zu lernen? Niederdeutsch ist, wie eben schon gesagt, anerkannte Regionalsprache, also eine eigenständige Sprache. Und insofern ist Niederdeutsch natürlich ein Beitrag zur Mehrsprachigkeit, zur Förderung von Mehrsprachigkeit. Hier haben wir auch so ein schönes Bild, was diese Mehrsprachigkeit auf europäischer Ebene propagieren soll. Es ist nie zu spät. Einsprachigkeit ist heilbar. Also wenn Sie jetzt noch kein Niederdeutsch können oder einsprachig sind, ist kein Problem. Das kann man alles lernen. Nach dem Motto auch des lebenslangen Lernens. Was heißt eigentlich Mehrsprachigkeit? Wie können wir das beschreiben? Wir unterscheiden. In der Regel wird individuelle Mehrsprachigkeit unterschieden. Also die Fähigkeit, ein- und Mehrsprachen zu benutzen und aktiv zu beherrschen. Man spricht hier auch von Bi- oder Multilingualismus. Und dann gibt es noch die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit. Also inwiefern mehrere Sprachen in der Gesellschaft unterschiedliche funktionale Bereiche besetzen und Domänen ausfüllen. Das werden wir uns gleich auch nochmal angucken, welche Rolle Niederdeutsch dabei im aktuellen Umfeld spielt. Aber nochmal zurück zum Thema Mehrsprachigkeit. Was meinen Sie denn, wie normal Mehrsprachigkeit ist oder wie viele Leute auf der Welt mehrsprachig sind? Ein kleines Quiz zum Weiterdenken. Wie viele Menschen auf der Welt sind mehrsprachig? A. 10 bis 15 B. 30 bis 40 oder C. 50 bis 70 Was meinen Sie denn? C ist richtig 50 bis 70 Prozent. Also die meisten Menschen auf der Welt sind mehrsprachig und können somit mehr als nur eine Sprache benutzen. Das, was für viele Menschen in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern mit ausgeprägten Nationalsprachen die Normalität ist, nämlich monolingual primär zu sein, ist eigentlich eine Entwicklung, die wir erst seit kurzem haben, seit ungefähr dem 19. Jahrhundert. Mehrsprachigkeit bringt viele Vorteile. Nicht nur, dass sie in mehreren Sprachen kommunizieren können, sondern das verbessert auch die Attraktivität von Menschen, weil man eben mehr kommunizieren kann, aber auch die kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, es erleichtert die Fähigkeit, weitere Sprachen zu lernen. Es beugt Demenz und Alzheimer vor. Es fördert die graue Gehirnmasse. Und ich könnte hier jetzt, glaube ich, noch eine ganze Weile weiterreden, welche Vorteile Mehrsprachigkeit hat. Für Niederdeutsch gibt es noch eine besondere Funktion, die vielleicht ganz wichtig ist. Nämlich Niederdeutsch fungiert als Brückensprache. Also über allgemeine Mehrsprachigkeit hinaus hat Niederdeutsch eine besondere Funktion, weil es das Erlernen verwandter Sprachen, ähnlicher Sprachen erleichtert. Und Niederdeutsch als westgermanische Sprache, wie das Deutsche auch, gehört zur besonderen Gruppe der nordseegermanischen Sprachen, wie auch das Englische, Niederländische und Afrikaans. Und gerade für diese Sprachen bildet Niederdeutsch dann quasi wie so eine Brücke, die den Übergang erleichtert. Englisch als erste Fremdsprache im Schulsystem von Deutschland. Das bedeutet dann natürlich, wenn ich früh mit Niederdeutsch anfange oder den Kindern früh Niederdeutsch beibringe, haben sie es nachher in der Schule sicherlich leichter, Englisch als Fremdsprache zu lernen. Also Niederdeutsch vom Standarddeutschen dann zu den anderen Fremdsprachen. Das war jetzt vielleicht einmal der große Rahmen, womit man begründen könnte, Niederdeutsch zu lernen, nämlich einmal die politischen Gründe, dass die Sprache unter Schutz steht und bewahrt und gepflegt werden soll und natürlich die wissenschaftlichen Vorteile und Rahmenbedingungen, die es gibt. Es gibt aber noch viel mehr Gründe und zwar, wenn wir mal so ein bisschen auf das Individuum selbst schauen, denn wie man hier an diesen paar Beispielbildern vielleicht sieht, wir sind ja wirklich von vielen Sprachen umgeben in unserem Alltag. Englisch sehen wir hier, Hochdeutsch natürlich, klar, aber eben auch Niederdeutsch oder wenn wir mal hier schauen auf dieses Beispiel aus einem touristischen Kontext, dann sogar noch von viel mehr Sprachen. Und wenn man es genau nimmt hier, wenn wir mal auf das Anno 1983 schauen, dann sogar von Latein. Also Sprachen begleiten uns den ganzen Tag über. Und diese sozialen Aspekte, die spielen natürlich auch eine Rolle beim Wunsch, eine Sprache zu lernen. Wir haben im Herbst 2020 mal eine kleine Umfrage gemacht unter Teilnehmenden an unseren Spracherwerbskursen. Und die haben eben hauptsächlich diese Gründe angeführt. Ich finde es sehr schade, dass die Sprache nicht mehr gesprochen wird. Plattdeutsch war die Muttersprache meiner Familie, aber jetzt, zwei Generationen später, ist sie fast vergessen. Ich möchte Sprachhindernisse überwinden, meine Kenntnisse entwickeln, meine Aussprache verbessern. Oder auch, ich versuche zusätzlich Qualifikationen zu erwerben, um mich für Schulen attraktiver zu machen. Also Gründe, die Sprache zu lernen, sind soziale Aspekte, individuelle Interessen, sich selbst weiterzuentwickeln. Oder auch eben berufliche Gründe, nicht nur wie in diesem Fall für Schulen, sondern wir haben auch einen Hotelfachmann dabei gehabt, der natürlich auch in seinem Job entsprechend auftreten können möchte. Das sind nur eine kleine Auswahl an Gründen, die dort genannt wurden. Für mich ganz persönlich ist die niederdeutsche Literatur auch ein ganz großer Aspekt. Und ich finde es für mich wichtig, die Sprache zu lernen und meine Sprachkenntnis zu erweitern, um Zugang zu dieser Literatur zu haben. Denn wenn wir die Sprache nicht mehr pflegen und weitergeben, schneiden wir uns selbst von diesem Teil der Literaturgeschichte und unseres Erbes sozusagen ab. Und wir haben hier noch ein kleines Quiz vorbereitet. Vielleicht kennen Sie den niederdeutschen Autor Fritz Reuter. Und jetzt überlegen Sie doch einfach mal, schätzen Sie einfach mal, was glauben Sie denn, in welche Sprachen wurde Fritz Reuter übersetzt? Einzelne Werke. Sie können an dieser Stelle das Video gerne anhalten, wenn Sie noch ein bisschen länger überlegen oder vielleicht auch zusammen diskutieren wollen. Ich löse jetzt aber schon mal auf. Und zwar sind es alle diese Sprachen. Die Romane von Fritz Reuter, also Udmine Stromtied und Udde Franzosen Tied, die finden wir in unterschiedlichen Sprachen. Aber auch seine kleineren Werke sind in unterschiedliche Sprachen übersetzt worden. Am wenigsten glaubt man wahrscheinlich, dass Japanisch dabei sein könnte. Aber doch hier haben wir das Deckblatt von der Franzosen Tied. Das wären also mal als kleines Streiflicht die Gründe, warum Niederdeutsch zu lernen ist. Birte fasst noch mal zusammen. Genau, also auf die Frage, warum Niederdeutsch lernen, kann man eigentlich immer mit einer Gegenfrage antworten. Ja, warum denn eigentlich nicht? Niederdeutsch gehört zum kulturellen Erbe Europas, ist geschützt durch die Europäische Sprachencharta. Niederdeutsch gehört zur gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit im Norden von Deutschland, gliedert sich also in ein multilinguales Spektrum ein, was manchmal öffentlich sichtbar wird. Niederdeutsch kann als westgermanische Sprache Brückensprache zu anderen westgermanischen Sprachen sein. Und insofern das Lernen der ersten Fremdsprache in den Schulen Englisch erleichtern. Niederdeutsch kann die beruflichen Perspektiven verbessern. Es ist eine zusätzliche Qualifikation, die die Einstellungschancen verbessern kann. Und der letzte Punkt, den Ulrike Stern eben noch mal angesprochen hat, Niederdeutsch ermöglicht den Zugang zu einem großen Schatz an niederdeutscher Literatur. Manche sagen, Fritz Reuter hat natürlich den Rang von Weltliteratur. Was die zahlreichen Übersetzungen eben auch noch mal belegt haben. Also, warum Niederdeutsch lernen? Ja, warum nicht? So, und dann kommen wir schon zu Punkt 2. Diese drei Sagen, sie ist weiten. Tja, welches Niederdeutsch soll ich denn eigentlich lernen? Womit soll ich mich befassen? Ich höre immer, wenn ich was sage, oh, das ist nicht richtig, das ist falsch, der sagt so, der sagt so, wie sieht das eigentlich aus? Ja, es gibt viele verschiedene Stimmen und es gibt Leute, die ganz genau wissen, wie Niederdeutsche richtig ist. Das gibt es überall, natürlich auch hier. Wir geben ein paar Hilfestellungen, die die Frage systematisch beantworten sollen, um hier ein bisschen Klarheit in dieser Vielfalt zu stiften. Dazu gucken wir uns historische Einheitlichkeit an und auch aktuelle Vielfalt. Hier sehen Sie eine Karte aus dem norddeutschen Sprachatlas, der den nördlichen Sprachraum abdeckt. Und diese orangenen Linien, die Sie hier sehen, hier haben Sie mal eine, das sind sogenannte Isoglosen. Das heißt, Linien, die Gebiete, wo ein Phänomen in gleicher Art und Weise realisiert wird, von anderen Gebieten abgrenzen, wo es anders realisiert wird. Und wenn Sie sich das angucken, dann sehen Sie schon, dass der niederdeutsche Sprachraum recht bunt differenziert ist. Also es hier viele Abteilungen gibt, Abgrenzungen zueinander. Und das ist natürlich auch genau das, was Niederdeutsch ausmacht. Denn das Niederdeutsch gibt es nicht, sondern es gibt viele verschiedene Arten aktuell, wie Niederdeutsch realisiert wird, die sich eben über den gesamten Sprachraum erstrecken. Und bevor wir uns aber mit dieser kleinteiligen Differenzierung befassen, werden wir erst mal wieder ein bisschen rauszoomen und das Sprachgebiet als Ganzes angucken und mal auf die Gemeinsamkeiten des Niederdeutschen fokussieren. Hier haben wir eine Karte des deutschen Dialektraums von Alfred Lamelli. Hinweise zu den Abbildungen hier, auch eben zu dem Norddeutschen Sprachatlas, finden Sie am Ende des Videos auf einer letzten Folie. Diese Karte zeigt den Dialektraum. Hier unten haben wir die oberdeutschen Dialekte, hier haben wir die mitteldeutschen Dialekte und hier oben, das ist das, was für uns relevant ist, das ist der niederdeutsche Dialektraum. Jetzt sehen Sie natürlich sofort, der ist ja zweigeteilt. Wir haben ja eine blaue Fläche und eine eher türkisfarbene Fläche, würde man sagen. Das hat mit der Siedlungsgeschichte zu tun, historische Ursachen. Das, was blau ist, ist Teil des ursprünglichen niederdeutschen Sprachgebiets. Und der türkisfarbene Teil ist ab dem 11. und 12. Jahrhundert durch die sogenannte Ostkolonisation dann dazugekommen. Und wir werden uns das nachher auch noch mal angucken. Diese Ost-West-Differenzierung, die zeigt sich auch sprachstrukturell. Aber das ist so ungefähr der Raum, den wir als niederdeutschen Sprachraum ansehen. Und da sind vielleicht einige überrascht, wie weit südlich der eigentlich geht. Also wir haben hier Brandenburg, wir haben hier Teile von Sachsen-Anhalt, Ostfalen, Westfalen. Also doch relativ weit südlich geht der niederdeutsche Sprachraum. Und wie sieht das Ganze jetzt sprachlich aus? Auch hier wieder eine schöne Abbildung von Alfred Lamelli. Und zwar ist das der Versuch, das, was wir eben als Raumgliederung gesehen haben, jetzt mal sprachlich deutlich zu machen. Hier unten ganz grau haben wir die Standardsprache. Also ich mache ein Dorf, das Pfund. Und dann sehen wir, wie sich diese Form immer mehr verändert, je weiter sie Richtung Norden geht. Hier oben, das ist die niederdeutsche Form. Und wir sehen hier ganz klare Differenzen auf lautlicher Ebene zwischen den Formen. Aus ich machen Dorf, das Pfund. Apfel wird im niederdeutschen ik, morgen, derp, dat, punt und apel. Und hier haben wir eben Zwischenstufen, Oberdeutsch und hier der mitteldeutsche Sprachraum. Wie kommt das jetzt eigentlich? Wodurch entstehen diese Unterschiede auf dieser lautlichen Ebene, die wir hier in den Blick genommen haben? Das sind zwei historische Prozesse, auf die ich jetzt noch mal eingehen will, die wichtig sind, um die Einheit von Niederdeutsch in den Blick zu nehmen. Und zwar ist das zum einen die hochdeutsche Lautverschiebung. Ein Prozess, ein Lautwandel, der die Laute P, T, K betroffen hat, also stimmlose Plosivlaute. Ab dem 6. bis 8. Jahrhundert ging der von Süden Richtung Norden haben sich diese Laute eben gewandelt. Und das Besondere von Niederdeutsch ist, dass das diesen Lautprozess einfach nicht mitgemacht hat. Eine gewisse Sturheit beim Alten zu bleiben zeigte sich also auch hier schon in der SprecherInnen-Gemeinschaft. Also Niederdeutsch hat diese hochdeutsche Lautverschiebung nicht mitgemacht, hat also den alten historischen Lautstand bewahrt. Und diese Laute haben sich in Plosivlaute, Afrikaten und Frikative verschoben, sagen wir linguistisch. Hier haben wir die Standarddeutsche Aussprache. Also aus Appetit und Ik, Niederdeutsch, wurden dann im Laufe des Prozesses Apfel, Zeit und Ich. Das ist der eine Prozess. Der andere Prozess betrifft die Vokale. Und zwar ist das dann wiederum eine Lautverschiebung. Ab dem 12. Jahrhundert haben wir es mit der Neuhochdeutschen Diphtongierung zu tun. Das heißt, dass Langvokale, I, Ü und U, diphtongiert wurden. Zu Zwielauten wurden im Hochdeutschen aus Is, Hüt und Hus, Niederdeutsch, Eis, Häute und Haus. Also auch hier wieder Niederdeutsch hat den alten Lautstand bewahrt. Und dadurch kommt es zu systematischen Unterschieden zwischen Standarddeutsch und Niederdeutsch. Das war auch ein Punkt, weshalb Niederdeutsch als Regionalsprache und als eigenständige Sprache anerkannt wurde. Und wenn man das weiß, dann hat man eigentlich schon die halbe Miete, weil man dann nämlich sehr gut sich schon niederdeutsche Texte erschließen kann. Wenn man einfach diesen Prozess, diesen Lautwandelprozess rückgängig macht. oder dieser Lautbewegung folgt, je nachdem, ob man Hochdeutsch zu Niederdeutsch oder Niederdeutsch zu Hochdeutsch übersetzen will. Soviel zu den Gemeinsamkeiten. Jetzt gucken wir uns noch mal die Unterschiede ein bisschen genauer an. Und dazu habe ich eine kleine Übung für euch oder Sie vorbereitet, die zeigt, dass das gar nicht zufällig oder willkürlich ist und kein Wirrwarr, sondern dass das systematisch begründete Unterschiede sind und die man sich gut zunutze machen kann, um die Frage zu beantworten, ja, welches Niederdeutsch soll ich denn lernen? Natürlich am besten immer das Niederdeutsch, wo ihr jeweiliger Ortspunkt ist. Das ist sicherlich das, was eine gute Orientierung sein kann, um diese Frage zu beantworten. Bei der Beantwortung der Frage hilft uns Georg Wenker. Georg Wenker war der Begründer des Deutschen Sprachatlas in Marburg, der schon im 19. Jahrhundert Sprachuntersuchungen realisiert hat und hier systematisch die Unterschiede zwischen den einzelnen Dialekten erforscht hat, auf lautlicher und morphologischer Ebene. Und wir gucken uns jetzt ein bisschen genauer den achten Satz an, weil der wichtige Unterschiede für Niederdeutsch in den Blick nimmt. Und zwar heißt der Satz, die Füße tun mir weh, ich habe sie durchgelaufen. Jetzt nicht so sehr nach der Bedeutung und der Semantik des Satzes fragen, es geht jetzt einfach um sprachliche Merkmale, die sind für uns jetzt total spannend. Also die Füße tun mir weh und ich habe sie durchgelaufen. Und ich habe Ihnen hier auf der Folie schon mal markiert, was für uns jetzt besonders wichtig ist, nämlich tun und durchgelaufen. Und bei tun ist es auch tatsächlich der Auslaut. Und bei durchgelaufen hier dieses GE-Präfix des Partizip 2. Sie können ja jetzt mal überlegen, wenn Sie vielleicht schon ein bisschen Niederdeutsch können, wie würden Sie den Satz auf Niederdeutsch übersetzen? Ich mache schon mal weiter, Sie können ja gerne das Video anhalten und dann weiter gucken. Hier sehen Sie sechs unterschiedliche Varianten des Satzes aus dem niederdeutschen Sprachraum. Wir haben einmal eine Variante aus Antlam, eine Variante aus Brandenburg, eine Variante aus Sachsen-Anhalt, aus Wollmirstedt, I aus Göttingen, Niedersachsen, eine Variante aus N-Urdingen und eine Variante ganz aus dem Norden, aus Schleswig, als Realisierung dieses Satzes. Und wenn Sie sich das hier angucken, also ich lade Sie herzlich ein, hier das Video auch mal zu stoppen und sich mal diese Vielfalt an Realisierung auch anzugucken, das ist die Normalität von Niederdeutsch. Also wenn da jemand kommt und sagt, das ist aber falsches Niederdeutsch, wie uns echt ändert er wird so. Vielfalt ist die Devise und diese Vielfalt ist eigentlich für Niederdeutsch auch Programm. Lassen Sie die Folie mal auf sich wirken, gucken Sie sich das mal ein bisschen genauer an. und die Plätschen in der See, die haben alle Rout gefunden, wenn ein das von Bormner in den Lesen da ist, dann kommt da einen vielen Namen für eine Frau mit Rout, die Alvine, und Alvine Woutenow, die kennen vielleicht einen oder anderen von See, da können wir achten hier auch noch mal eins drücken. So, jetzt kommt es zu Ihren Aufgaben. Und zwar, sollen Sie sich insbesondere die Realisierung von Thun, hier grün markiert, und die Realisierung von Durchgelaufen, hier rot markiert, angucken. Und dann spielen wir mal Sprachdetektive oder Sprachforscher, so wie Georg Wenker, der hätte jetzt diese Sätze hier bekommen und fragt sich, was können wir denn damit machen, was zeigt uns, was zeigen uns diese Sätze, wie sind die räumlich gegliedert. Also Dialektgeografie ist immer die Suche nach der Beziehung zwischen Raumstrukturen und Sprachstrukturen. Und hier würde das dann eben so sein, dass in einem ersten Schritt, gucken wir mal, welche Unterschiede tauchen überhaupt auf bei Thun und Durchgelaufen. Sie können ja einfach auch das Video mal pausieren und die Aufgaben nacheinander durchgehen. Welche Unterschiede tauchen auf? Klar, haben Sie sofort gefunden oder habt Ihr sofort gefunden? Bei Thun, das endet auf D oder T und es endet auf N im Niederdeutschen. Bei Durchgelaufen sehen wir auch Durchloben, Durchloben, Durcheloben, Doreladen, Dorgeloben, Döloben. Also mal ist das G-E da, mal ist es nicht da. Okay, gut. Wie sieht das jetzt aus? Jetzt brauchen wir die räumliche Perspektive und jetzt gucken wir uns eben an, was variiert in Ost-West und was variiert in Nord-Süd-Richtung. Erstmal, welche Form variiert in Nord-Süd-Richtung? Dorn versus Doth, Durchloben, Dörgeloben oder Dörgeloben? Na, kleines Quiz. B ist richtig. Und die dritte Frage, welche Form variiert in Ost-West-Richtung? Also altes Sprachgebiet, neues Sprachgebiet. Dorn, Doth, Dörgeloben, Dörgeloben. Hier ist Antwort A richtig. Ja, so viel blieb ja auch nicht mehr übrig. Wir sehen also, dass der niederdeutsche Sprachraum mehrteilig gegliedert ist und dass wir Unterschiede sowohl in Ost-West als auch in Nord-Süd-Richtung haben, die zu diesem differenzierten Kartenbild beitragen. Und das können wir uns auch noch mal jetzt die Phänomene genauer angucken. Diese Unterschiedlichkeit im Sprachgebiet wird auch Binnendifferenzierung des Niederdeutschen genannt. Und bei Thun stehen also die Formen auf T und auf N gegenüber T, westniederdeutscher Sprachraum, das ist die ursprüngliche, die alte Form, und N, ostniederdeutscher Sprachraum, die hier gegenüberstehen. Das ist jetzt aber kein lautliches Merkmal, obwohl man das meinen könnte, sondern es ist ein morphologisches Kriterium, also ein Merkmal der Wortform, und zwar wie der Einheitsplural gebildet wird, also die erste bis dritte Person Plural, präsensindikativ aktiv. Und die gliedert den Sprachraum in Ost und West. Und dann hatten wir ja noch ein Phänomen bei durchgelaufen. Hier sehen wir ganz klar eine Nord-Süd-Gliederung. Es handelt sich auch um ein morphologisches Kriterium, nämlich inwiefern das Präfix beim Partizip 2 realisiert wird. Und im Norden dominiert die präfixlose Form. Dann haben wir eine Übergangsphase. Und im Süden des niederdeutschen Sprachgebiets haben wir schon Formen, wie wir sie auch immer Standardsprache kennen. Also wir sehen hier, dass der Sprachraum mehrteilig gegliedert ist und wir eine Vielfalt an niederdeutschen Formen haben. Und selbst wenn wir in ein Sprachgebiet noch weiter hineinzoomen, wie wir es hier machen, mit einer Karte aus Hermann Winter, die mal den Mecklenburg-Vorpommerischen Sprachraum analysiert und beschrieben hat, dann sehen wir, welche Varianten es hier für die Kartoffel gibt. Also für ein Laxem, welche Vielfalt schon hier zu finden ist. Also Vielfalt ist auf jeden Fall Programm für Niederdeutsch. Und welches Niederdeutsch? Sie können ja einfach mal das Video anhalten und Ihren eigenen Ortspunkt suchen. Ist der eher östlich? Ist der eher westlich? Ist der eher nördlich? Ist der eher südlich? Und wie würden Sie hier wahrscheinlich dann diesen achten Wenkersatz realisieren? Diese Isoglosen, die können Ihnen auch noch mal helfen. Das hier ist zum Beispiel die Linie des Einheitsplurals auf en. N, hier haben wir don und du haben wir dot, also der Einheitsplural auf T. Ja, jetzt könnte man natürlich bang werden und sagen, oh Gott, oh Gott, so viele Unterschiede, wie soll ich das denn machen? Wir sehen das nicht als Abschreckung, sondern wir sagen ganz klar, Vielfalt ist ein Schatz, denn ich schnack so und du schnackst so, solieren wie immer was dort so. Also man kann immer noch wieder neue Lexeme lernen, wenn man mal in ein anderes niederdeutsches Gebiet kommt. Und man kann immer noch neue Redewendungen lernen oder eben auch rein grammatikalisch noch wieder neue Formen kennenlernen. Deshalb dieser kleine, ja, augenzwinkernd gemeinte Merksatz. Und vielleicht noch mal zur Erläuterung, dass wir hier erst schnack und dann snack schreiben. Das ist kein Tippfehler, sondern soll uns daran erinnern, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, zum Beispiel hier diese SCHN-Verbindung zu realisieren, dass es aber auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dieses TO zu realisieren. Da gibt es auch Regionen, wo TO gesagt wird. Auch hier bei der Konjugation des Verbs, das haben wir gerade schon gehört, kann es Unterschiede geben. Also dies als kleiner Merksatz vielleicht. Ja, aber wie ist es denn nun, wenn man anfangen will? Wie soll man denn jetzt versuchen, dort durchzusehen? Das Beste ist natürlich immer, man erlebt eine Sprache, man beobachtet Leute und belauscht Leute, die diese Sprache benutzen. Aber das ist im Fall von Niederdeutsch ja gar nicht mehr so einfach. Bei uns im Land, in Mecklenburg-Vorpommern, ist es so, dass eine Umfrage 2016 vom Institut für deutsche Sprache in Mannheim und vom Institut für niederdeutsche Sprache in Bremen ergeben hat, dass nur 15 Prozent der Befragten sich selbst einschätzen mit einer guten oder sehr guten Sprachkenntnis. ist also, dass sie sehr gut sprechen könnten. Das bedeutet zumindest hier für uns im Land, dass die Sprache wie eine Fremdsprache vermittelt wird. Also an den Schulen kann man nicht mehr davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler mit Fortkenntnissen aus der Familie kommen, sondern die Sprache ist ihnen fremd und muss ihnen mit den Mitteln einer modernen Fremdsprache vermittelt werden. Was bedeutet Fremdsprachenerwerb? Was bedeutet es, eine Sprache zu lernen, die einem fremd ist? Man möchte handlungsfähig in dieser Sprache werden. Man möchte interagieren können. Und dazu sind diese vier Faktoren ganz wichtig. Also Motivation. Wir haben vorhin gehört, was Gründe zum Lernen sein können, was also uns motivieren kann, diese Sprache zu lernen. Aber auch Emotionen. Das heißt also, wenn zum Beispiel die Großeltern Niederdeutsch gesprochen haben und man einfach diese guten, positiven Erinnerungen mit der Sprache verbindet, dann ist es auch auf der emotionalen Ebene natürlich etwas, was wir mit dieser Sprache verbinden. Und klar, Interaktion und Kontinuität. Was ist jetzt aber, wenn man diese Interaktion einfach nicht leisten kann? Und vielleicht auch die Kontinuität nicht, weil man eben nicht regelmäßig Kontakt zu Niederdeutschsprechern hat. Wir haben mal versucht, so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung hier darzustellen. Und zwar gibt es für Fremdsprachen ein Instrument. Das ist der Europäische Referenzrahmen für Sprachen. Und in dem sind Kompetenzen und Niveaustufen festgelegt worden. Das bedeutet, ich kann ganz genau schauen, was kann ich in der Sprache? Und demzufolge habe ich eine bestimmte Niveaustufe erreicht. Und die Progression dieses Rahmens, die dieser Referenzrahmen vorgibt, die geht von rezeptiven zu produktiven Kompetenzen. Und genau so haben wir hier mal unseren kleinen Verlauf angelegt. Das heißt, erst mal rezipieren, lesen und hören, dann produzieren, sprechen und schreiben. Dass das mit dem Lesen gar nicht so schwer ist, das werden wir jetzt direkt mal sehen. Ich habe hier eine kleine, bunt gemischte Übersicht an Büchern mal zusammengestellt. Das ist nur eine kleine Auswahl der Bücher, die auf dem Markt sind. Viele für Kinder, aber auch für Erwachsene gut zu lesen. Viel liebevoll gestaltet, zum Teil Übersetzungen, zum Teil wirklich originär, niederdeutsch. Und da kann man sehr gut mit anfangen, gerade wenn es Geschichten sind, die man vielleicht schon kennt, wie Winnie-Pooh oder wenn es kurze, kleine Passagen sind, wie vielleicht hier bei Carta Liam. Wir haben mal ein Beispiel aus dem Alltag. Das ist ein Schild, was eine Öffnungszeit angibt, gefunden 2018 bei einem kleinen Laden in Lodin auf Usedom. Und wenn Sie den jetzt einmal lesen und versuchen zu übersetzen, werden Sie feststellen, das ist ja gar nicht schwer. Gerne auch das Video anhalten. Ich gehe aber schon weiter und zeige noch mal ein paar Verstehenshilfen beziehungsweise wir wiederholen noch mal die Gründe, warum denn das so leicht ist. Der erste Punkt ist, wir haben eine doch deutliche Nähe zum Hochdeutschen, also zu unserer Standardsprache. Zum Beispiel ist es dort so gewesen, dass Sie das Hochdeutsche Wort Mittwoch statt dem Niederdeutschen Mittelwägen verwenden. Also da existieren zum Teil auch schon Begrifflichkeiten nebeneinander. Aber auch hier das uns, das Personalpronomen oder das Verb ist, das erinnert uns doch deutlich ans Hochdeutsche und auch ans Englische nebenbei gesagt. Und insofern können wir uns diese Wörter auch wie wenn und nicht und un sehr, sehr schnell aus dem Bauch heraus sozusagen erschließen und übersetzen. Und wenn wir dann noch genauer schauen wollen, gucken wir auf die Laute, die das Niederdeutsche sich bewahrt hat und eben nicht verändert hat, so wie das Hochdeutsche, nämlich zum Beispiel das P bei Up, was nicht zu F geworden ist, auf, oder auch das T, was nicht zu Z geworden ist, oder ganz deutlich ist es hier bei Dat, das T ist nicht zum S geworden, also Dat, Niederdeutsch, heißt das Hochdeutsch. Und genauso könnten wir mit der Neuhochdeutschen Lüftungierung weitermachen und uns auch die Vokale anschauen, also zum Beispiel beim Bi, das lange alte I, was das Niederdeutsche hat, ist im Hochdeutschen ein I, also können wir sofort übersetzen bei. Bei uns ist auf, wenn auf ist, zu ist, wenn nicht auf ist und das ist Mittwoch. Und ganz wichtig immer ist auch, den Kontext mitzubeachten. Also, hier habe ich es Ihnen ja schon verraten, es ist ein Schild, was Öffnungszeiten anzeigt, aber auch wenn wir andere Texte lesen oder andere Schilder lesen, sobald wir wissen, worauf es sich bezieht, in welchem Kontext es steht, können wir es gleich nochmal leichter übersetzen. Ein paar und gar nicht so wenig der Bücher, die ich Ihnen gerade auf der vorhergehenden Folie gezeigt habe, sind inzwischen auch schon mit CDs und Audiodateien ausgestattet. Und das bringt uns zu dem nächsten, zu der nächsten Kompetenz, die man in einer Sprache erlangen will, nämlich das Hören und das Verstehen vom gesprochenen Wort und um auch eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten in der Beschäftigung mit dieser Sprache, wenn ich sie lernen möchte, bietet sich zum Beispiel das Radio an. Die Liste, die ich hier mal angefangen habe, lässt sich auch noch um einiges verlängern. Das ist nur eine kleine Auswahl, die der NDR oder auch Radio Bremen zum Beispiel uns anbieten und dadurch, dass vieles auch über die Mediathek und als Podcast jederzeit wieder abrufbar ist, haben wir da natürlich die Möglichkeit, selbst wenn wir nicht aktuell Radio hören können, da wieder reinzuhören. Ja, wie ist es denn nun aber, wenn ich für mich Bücher gelesen habe und verstehe sie auch ganz gut und ich habe mir CDs angehört oder höre regelmäßig Plattisch an Sündach oder die Klönkist oder eben auch die Nachrichten und will jetzt anfangen zu sprechen. Das ist immer noch mal ein Schritt weiter, da muss man sich manchmal schon überwinden und das ist natürlich besonders schwer, wenn man niemanden im Umfeld hat, mit dem man sprechen kann. Manchmal weiß man es ja auch gar nicht von seinen Nachbarn und Freunden, aber wir haben uns schon 2017 beim Kompetenzzentrum gedacht, Mensch, wir müssen ein Angebot machen und wir wollen ein Angebot machen, sodass man seinen Wortschatz erweitern kann und das üben kann, diese Sprache üben kann, ohne einen direkten Partner zu haben. Natürlich wäre es schöner mit einem direkten Partner, aber auch ohne muss es doch irgendwie möglich sein. Und wir haben deshalb 2017 unser Projekt ALWINE entwickelt. ALWINE ist hier das Akronym für Anki-basierte Lernplattform zur Wortschatzvermittlung im Niederdeutscherwerb. Da haben wir wieder unsere ALWINE WUTENO, an die wir damit erinnern, die Autorin aus der Nähe von Greifswald und diese Plattform ist softwarebasiert, also die Software Anki liegt dort zugrunde, die kann sich jeder kostenlos runterladen und dann kann er diese Software mit unseren niederdeutschen Vokabeldateien, Vokabelstapeln füttern. Beide Plattformen, sowohl ALWINE als auch Quizlet, wo man browserbasiert Vokabeln lernen kann, arbeiten nach dem Karteikartenprinzip. Man sieht das vielleicht hier nochmal oder zur Erinnerung, das kennen Sie sicherlich auch. Das Karteikartenprinzip funktioniert ja so, dass ich auf einer Karte vorne meine Vokabel habe, hinten die Übersetzung und ich ziehe sie aus dem Stapel raus und wenn ich sie richtig hatte, wird sie hinten einsortiert, dann lerne ich sie also nicht so schnell nochmal. Wenn ich sie falsch hätte, wird sie nach vorne sortiert und kommt deshalb schneller wieder dran. Und genau das machen diese beiden Plattformen. Hier mal ein kleiner Screenshot aus ALWINE. Das heißt, ich habe dort meine Aufgabe, wo an Zeit hat, ob Hochdeutsch, habe die Vokabel, soll also jetzt von Plattdeutsch zu Hochdeutsch übersetzen und muss hier in diese Lücke die Antwort eingeben und dann quasi bekomme dann von der Software gesagt, ob es richtig oder falsch ist und kann dann beurteilen, muss ich das schneller wieder lernen, weil ich es noch nicht sicher weiß oder kann diese Vokabel weiter nach hinten verschoben werden sozusagen, wo sie dann erst später wiederholt wird. Also das Lernen in Intervallen und Mitwiederholungen unterstützt einfach hier den Spracherwerb, den Wortschatzerwerb. Wer da mehr zu erfahren möchte, der kann gern bei uns auf die Website schauen und der Niederdeutsch Lernen erste Schritte werden sowohl ALWINE als auch Quizlet nochmal ausführlich erklärt und ja, grundsätzlich gilt und damit möchten wir uns dann auch schon verabschieden, Platt ist einfach, wer ist nicht bang, fang einfach an. Wir haben hier noch kurz die Quellen zusammengestellt, so wie Birte das vorhin auch schon angeguckt hat. Wenn Sie genauer schauen wollen, dann ruhig das Video stoppen. Wir sagen von harten bedankt, ein Skaude und Felsspaus biet Plattütschlien. Tschüss. Halldi-Fuchtig. Tschüss. Auch. Hotline Plattütschlien. Vielen Dank.